Guten Morgen, der Herbst hält jetzt langsam, aber sicher Einzug. Unser... Oh, das war aber auch nicht schlecht. Also unser Spitz, aber auch... Entschuldigung, zieht jetzt langsam noch aus. Und dieses Biskaya-Tief... Entschuldigung, es ist ein bisschen früh am Morgen. Also dieses Biskaya-Tief hier brachte kräftige Gewitter... ...in Frankreich. So, und...